Hallo Sulinger. Grüße aus dem sonnigen Mailand. Leider gibt es dieses Jahr keine WM. Deshalb schauen wir alle auf den FC Sulingen. Habt Spaß, gebt Gas. Ich komme auch langsam ins Altherrenalter. Darum gebt Gas, holt euch das Ding. Wenn ihr gewonnen habt, schickt mir euer Siegershelfer. Grüße aus Mailand.